Hallöchen allerseits, ich war wieder bei meiner Mama im Asia Shop wegen dieser großen Lieferung. Sie hat heute jede Menge Instant-Ramen der Marke Mama bekommen. Die kennt ja eigentlich auch jeder. Ich habe erstmal die verschiedenen Sorten einsortiert. Also einmal Creamy Dom Yum, dann die normalen Dom Yum Nudeln. Die finde ich wirklich so yummy. Einer meiner Lieblings Instant-Ramen. Vielleicht habt ihr auch Lieblingsrahmen aus dem Asia Shop. Dann hatte ich hier noch Pork Flavor gehabt. Die Nudeln kamen auch noch ins Regal. Und als ich fertig war mit Auffüllen, habe ich die restlichen Kartons aufs Regal gepackt, weil alles schon so voll war. Dann habe ich eine kurze Pause gemacht. Ich habe mir dann einen Mugu Mugu Drink geschnappt. Meine Mama hat mich heute gefragt, ob ich süchtig danach bin. Ich darf und immer so viel trinke. Wir haben dann auch noch diese Süß-Sauersauce bekommen. Die benutzen wir immer zum Dippen von Frühlingsrollen. Also wirklich sehr empfehlenswert. Die habe ich dann zu den anderen Soßen ins Regal geräumt. Was in der Lieferung auch noch war, waren diese Maxi Paks an Shinran-Jungeln. Und diese Paratha Plains im TK. Das sind so indische Fladenbrote, die sind so lecker. Die kann man ganz einfach in der Pfanne warm machen. Und ich esse die am liebsten süß, also mit Nutella oder Puderzucker. Und für die heißen Tage haben wir auch noch Eis reinbekommen.